Moin Leute, hier ist Josi von Outlet 46.2 und heute habe ich den Timberland 6 Inch Herren Stiefel für euch. Durch die Prima Luftisolierung ist der Schuh bei jedem Wetter geschützt. Er ist ein zeitloser Klassiker, der seinesgleichen sucht. Außerdem ist der Stiefel sehr gemütlich und hält angenehm warm. So Leute, das war's schon wieder von mir. Ihr seht jetzt noch die On-Feed-Aufnahmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.